Eigentlich. Das sind aber auch für polnische Tische, die sind aus Granit. Ja, nur mal so. Ich weiß mal, wohin die also? Gut, äh, es ist ja erlaubt bis 2.18 Uhr zu bürren. Genau. Aber ich bring das Ding an, Junge. Einfach mal machen. Ah nee, zum Auto. Da müssen wir noch eine Sekunde warten. Zünden und rennen. Ich kann jetzt hier nicht ein Auto und eine Luft springen. Klo! Warum nicht? Hast du Angst los? Hast du Angst los? Ich hab gedacht, du bist so krass, Kai, Uwe. Ich hab gedacht, du bist so krass, Kai, Uwe. Ich hab gedacht, du bist der krasse Kai, Uwe. Uwe Kai! Zieht ein Schwanz ein. Uwe Kai, der hat... Ey, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto! Warte, Pech! Ey, ey, warte, warte! Ey! Willst du... Ey! Ey, warte! Warte! Ey! Boah, Alter, ey, so ein Ding ist ganz klar bei mir vorbeigeschüpfen, Alter, geil! Ey! Alter! Wir sind welche weitergegangen? Ähm... Ey! Warte! So, jetzt stopp! Wo ist es doch, Jan? Ja. Ja. Vielen Dank.